Mit Kikiriki kommt Action in den Hühnerstall. Denn der freche Hahn hat sich in die Scheune geschlichen und sich mitten ins Nest gesetzt. Und jetzt bewirft er die armen Hühner auch noch mit Eiern. Der Hahn muss raus, gackern die Hühner und stürmen los. Wem gelingt es mit Geschick und Glück, die Strohballen zu erklimmen und gleichzeitig den fliegenden Eiern auszuweichen? Reihum wird gewürfelt. Jetzt ist Jakob dran. Und das mutige Huhn mit dem Sonnenhut darf jeweils eine Strohballenstufe nach oben hüpfen. Doch aufgepasst, einige Plätze sind sicherer als andere. Das schlaue Huhn versteckt sich zum Beispiel hinter der Gießkanne. Vorsicht, jetzt kommt Action in den Hühnerstall. Anna hat den Hahn gewürfelt und kann jetzt gezielt versuchen, Jakobs Hühner wieder nach unten zu kullern. Also Ei in die Vertiefung legen, gut zielen und los! Gewonnen! Anna hat das Nest als Erste erreicht und den Hahn so aus dem Stall gejagt. Viel Spaß mit Kiki Riki, dem total verrückten Eierwurfspiel für zwei bis vier Spieler ab vier Jahren.